aber trick 17 wird hier nicht funktionieren diesmal wird wohl kein sichtfeld sein vermutlich hmm ja aber wer ist brachosrex der quälenkönig okay aber einer der bösen wo wie komm ich zu dir mein freund guck mal da passiert nix mehr oh bücherverbrennung nee hmm hier drinnen sehe ich nix guck nochmal hier unten was hätte ich eigentlich sehen müssen hier müsste ja irgendwo eine leiter oder sowas sein der liegt da immer noch ist er jetzt eigentlich tot oder schläft hier kommt licht durch dann richtigen ring an ja hier ist nix hier zu der seite kann es ja gar nicht sein okay hier ja toll da drüben das hilft mir nicht dass du da drüben was findest im gesamtbild verstehe es immer noch nicht hat der was mit den vorkommnissen in der stadt zu tun ja alles im grunde der doktor aus der stadt hat den wiederbelebt äh um halt von dem was zu lernen diese szenenverbindung wie man das äh bricht ähm ja hatte aber natürlich nicht erfahren logischerweise ist abgehauen und dann wollte er versuchen aufzuhalten und beim versuch aufzuhalten hat der doktor immer mehr von den ganzen leuten beschworen da den glibber am turm den feuertypen vorhin und die wiederum haben die ganzen untoten beschworen ne das wird nix das wird nix weiter von Wünschelbrunnen und weiter von Wünschelbrunnen weiter von Wünschelbrunnen bis zum Erzähl mir von euch! Ich bin Walter Wellington McWishingwell, gut getroffen. Willst du mich nicht nennen? Ja klar. Es war, dass mein Bruder William, weshalb er ein wunderschönes Wälder war, würde mir Wünsche geben. Aber er hat seitdem gewünscht wurde, zu irgendwo wunderschön und wunderschön. Und Paul Wallis hat sich gelegt, um zu wunderschön und zu wunderschön. Alles von seinem Wunderschön. Oh, mein Paul Wallis mit William. Er wurde von dem wunderschönen Winterkönig und in einem wilden Welt mit wunderschön. Oh, der fiese Winterkönig. Ich frage mich, würdest du wunderschön, einen Wunderschön zu wunderschön, um Willi zurückzubringen? Ich würde wunderschönes Wunderschön, wenn ich ihn wieder sehen könnte. Ich würde ihn wieder sehen. Ich kann euch jetzt in der Winterland teleporten. Ähm... Nein. Ja, gewährt ihr mir einen Wunsch. Wunderschön, dass ich es könnte. Aber ohne mein lieber Bruder, bin ich ein wunderschönes Wunderschön. Wir arbeiten in Tandem, ihr seht. Und Willi ist immer stärker. Er könnte alleine arbeiten, aber ich bin ein Wunderschön, ohne ihn mit mir. Ui, 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 ui. Ich wünsche euch... ...oder Tagebuch eintragen. Die Wunschbrüder. Wir trafen Walter Werner von Wünschelbrunnen. Einen Wunschbrunnen. Das ist wichtig, nochmal zu erwähnen. Äh... Dessen Bruder entführt und in eine andere Dimension gebracht wurde. Miesen. Die Miesen. Wenn der Bedeutung dreht, dann geht's. Wunderschön. Wund. schon hier drüben ist das feuergebiet ok dann ist hier der stadtausgang oder da sind die hier ist die stadt geht da ist der stadtdurchgang ich vermute mal hochpotten geht auch nicht geht auch nicht Okay, dann muss man es mal. Dann lasst uns mal zur stadt zurück verkaufen. Ob hier noch irgendwas ist? Was? War da gerade irgendwas? Ein Kaninchen? Nee. Das mit der Kirche ist weg, oder? Entschuldigung, Herr. Das mit der Kirche ist weg. Das ist nicht so. Das mit der Kirche ist weg. 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 Der Kirche ist weg und weg. Das mit der Kirche ist weg. ooh Vielen Dank. Kann ich hier noch irgendwo die brauchen? Nee, kann ich alles. 165. Nein. 33 und Giftresi. Nee, lohnt sich nicht. Ich verziehe hier eigentlich nur für Bücher. Wirkliches Licht. Verursacht Status Marmord, verringert Willenskraft und Körperstärkung bei jetzt hier im Bereich. Hat sich noch ein Slot frei? Nee. Neue Elementar, Adept. Eisige Berührung, Donnersprung. Beschwörung zerstören, okay. Hat Auri jetzt neues Geld? Ich habe immer noch Shit zum Verkaufen. Ah. Du bist willkommen. Ja. Vielen Dank. Was soll AP kosten? Kannst du eine Weide auf Leute werfen oder was? Kannst du eine Weide aufnehmen? 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 Berge 7 Deine quest fährt gut, lieber Hunter. dann gehen wir mal bei ihr abgeben wie viel sitzt wie sieht es eigentlich mit level mäßig aus 36.000 die frau ich kann sie nicht ansprechen würde gerne über ein paar dinge die religion betreffend sprechen kürcher für zwei Jahre all news has been bad news and clearly nothing has changed more dead more under and more letters to write home to grieving widows and widows still I thank you for telling me source hunter knowledge is better than uncertainty my legionaries I'll grant you that the two survivors of that this this cannot be can it okay you have found one of the sources of the und verkauft ja auch sachen alter goldring der weise ein ind körper stärkung in und kiff drehe sie der ist gar nicht so schlecht körper stärker in die und gift das hat mich auch überrascht mann und trittet the rooms are obtained in battle who comforted me with my agony was great such a pity size is in your dead hunter and the legion to brachis rex is dead and no one but you could have done this glorious team ja mal kurz gucken hier gift und luftdrehe sie luftdrehe sie und leben initiative und luftdrehe sie ja schon was ob die kaufe ich die wenn gift drehe sie und körper stärkung ja 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 und die beide das gleiche wieso wechseln das inventar nicht gift und luftdrehe sie die 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 hat die noch initiative und toten plan kirchen expedition die beiden sind weg was habe ich jetzt noch hier die wilde frauen der abtrünnige die frau des ratsmitglied kopflose nico der mord der mord und der kopf ist noch hier die katze von dem priester und das war es dann denk mal ich erkunde jetzt noch das kleine stückchen hier mal gucken ob es da noch treffe und dann kümmere ich mich um den mord ich habe ja schon herausgefunden wie ich weiterkomme was sagst du eigentlich zu dem boss hier was sagst du gar nicht ein chef hat alles kaputt deine chef ist der übeltäter hier nix taschen diebstahl also im ring hat sie nicht noch mal im angebot er gab mich immer noch ständig gekauft hatte eiltranken nehme ich mal auf jeden fall das gasthaus fallende villa hat den wegpunkt habe ich noch nicht das war ein bisschen undramatisch dass man großer böser sein soll ja aber das ist ja auch nur eine nebenquist 50 gewandtheit freu mich immer und dann sehe ich gewandtheit immer die gewandtheit na gut ergibt sinn bei einer verkäuferin für schurken kram die hat auch nix ein färben das ist in Warum kann ich den jetzt beklauen? Ich sehe doch, da hat es die Hand. Ich dachte, man kann jeden nur einmal beklauen. Ich komme halt nicht ins Delft, weil ich zu scheiße bin, aber da ist ja die... Da kann ich auch wieder beklauen. Da ist ja die Hand. Da ist ja die Hand. Ach, hier kommen wir nicht lang. Verdammt. Ach. Ach du meinst, es steckt hinter allem, was in der Stadt passiert? Wie heißt das? Äh. Ursache und Wirkung. Aber das ist ja nicht die Hauptquest, die Hauptstory. Die Hauptstory ist ja hier die Reise des Quellenjägers. Mit dem, mit dem Ende der Zeit, da wo ich vorhin war, bei dem, bei dem Dings, dass die Lehre kommt. Also davon gehe ich mal aus. War halt einfach der Heilbäu da, der Heiler. war halt einfach verliebt und wollte seine Frau zurück und hat damit halt ein paar Probleme verursacht. So gesehen war es halt einfach nur ein stärkerer Untoter. In der Welt nix... Es scheint ja in der Welt nix Neues zu sein. Dafür gibt's ja die Quellenjäger. Oh, das hört in der Welt zu sein. Oh, das ist ja die sicure. die Hose sind... Ja? Geh. 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 Ging. Das war's für heute.